Ich mag's, wenn's Sonne aufgeht und wenn's wieder finster wird und wenn zwischendrin original nix passiert Werden die Zeiten wirklich härtler oder sind wir bloß verwöhnt weil wir über den Spritpreis mehr auf dem Schlafzimmer gestöhnt Wir wollen beim Frühschoppen shoppen und wissen nicht, ob das stimmt dass Konsum nicht happy macht, bis der Postbot alles bringt Drum schauen wir, was man nebenbei noch alles mitnehmen kann und was zum Oberlohn gibt für die, die Kreuz werden Ich mag's, wenn die Sonne aufgeht und's wieder finster wird und wenn zwischendrin original nix passiert Werden die Zeiten wirklich härtler oder sind wir bloß verwöhnt weil wir über den Spritpreis mehr als im Bett gestöhnt Wir wollen beim Frühschoppen shoppen, shoppen, shoppen merken wir nicht mal, dass Konsum nicht happy macht doch das ist uns egal, weil die Post alles bringt was man mitnehmen kann und dass die Post mich bringt das wird runtergeladen